Herzlich willkommen bei Calisthenic Movement. Ich bin Alex und zeige euch heute ein Klimmzug Programm für Fortgeschrittene. Das Programm besteht aus drei verschiedenen Pull-Up-Variationen. Jede Variation wird in vier Sätzen mit je 90 Sekunden Pause trainiert. Nach jeder Variation beträgt die Pausenzeit zwei Minuten. Natürlich könnt ihr die Anzahl der Sätze und die Pausenzeiten auch verändern. Die erste Variation sind explosive Klimmzüge in einem neutralen Griff oder mit Übergriff an einer geraden Stange. Versucht euch mit der Brust bis über die Stange und so schnell und hoch wie möglich zu ziehen. Es ist okay, wenn ihr ein klein wenig schwingt, achtet aber darauf, die Beine über die komplette Bewegung gestreckt zu lassen. Ihr solltet pausieren, wenn ihr euch nicht mehr hoch genug ziehen könnt. Die zweite Variation sind sehr breit gegriffene Klimmzüge. Behaltet über die gesamte Bewegung Spannung, das heißt nicht schwingen, den Körper gestreckt lassen und auf jeden Fall die komplette Bewegungsamplitude nutzen. Die dritte Variation sind L-Hang Klimmzüge im Untergriff. Versucht eure Beine über die komplette Bewegung horizontal zu halten und streckt die Arme, wenn ihr unten seid. Natürlich sollte auch bei gestreckten Armen die Spannung im Rücken und den Schulterblättern beibehalten werden. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und gibt euch eine kleine Abwechslung für euer Training. Bitte vergesst nicht, Calisthenic Movement und Alex zu abonnieren. Danke und bis bald!